so die manche von joe zimbauer hat hier sicherlich nicht enttäuscht da haben wir einen flitzer im bild aber flitzer sage ich das ist kein flitzer sondern einer der leider gottes komplett über die grenzen geht der frau grüberie mit seinem schaden attackiert der provoziert so viele ordner im stadion und dann muss einer wie dieser verwirrte so genannte anhänger des hsv hier 50 meter lang es geht mit dieser unschönen zähle dieses spiel zu ende was für eine schwachsinns aktion wie arm muss ich sein im kopf wenn ich das brauche einen spieler wie frau grüberie hier so zu produzieren mit den schalen die partie ist zu ende 3 zu 1 gewinnt